Und damit hallo und herzlich willkommen hier zurück zu FIFA 18. Wir sind in der zweiten Saison und es gibt ein paar kleine Änderungen. Und zwar habe ich mal jetzt mein Headset angeschlossen. Einfach um vor dem Spiel und nach dem Spiel so einige Sachen zu erklären, die passiert sind, die passieren werden. Aber während dem Spiel werde ich nach wie vor meine Fresse halten. Ja, wir sind in der zweiten Saison. Es geht los mit den Vorbereitungsspielen. Wir haben in der ersten Saison schon sehr, sehr viel erreicht. Wir haben einen Spielerwert von, ich glaube mittlerweile sogar 84, wenn ich mich nicht täusche. Wird jetzt hier unten leider gerade nicht angezeigt. Wir sind aufgestiegen, haben den Liga-Pokal gewonnen. Ja, sind im FA Cup relativ weit gekommen, sind ja dann bloß ausgeschieden, weil wir auch zum Viertelfinale, wenn ich mich richtig erinnere, verletzt waren. Tja, und ansonsten, genau, wir sind dann noch zur WM, in den WM-Karten gekommen, konnten da sogar zwei Spiele absolvieren. Nicht besonders erfolgreich, zumindest was das erste betrifft. Da sind ja mit Gelb-Rot vom Platz geflogen gleich. Haben dann im zweiten Spiel, im Achtelfinale, gegen Ungarn das entscheidende Tor geschossen. Und wurden dann im Viertelfinale gegen Brasilien nicht berücksichtigt und sind ja dann ausgeschieden. Ja, dieses Jahr geht es dann also in der EFL League One ran. Bin schon sehr gespannt, wie hart das wird, wie wir uns da schlagen werden. Aber zunächst in diesem europäischen Vorbereitungsturnier, das wir letztes Jahr ja auch schon gespielt haben und auch sehr erfolgreich. Haben ja dann dann, genau, haben ja da gewonnen. Einen Neuzugang, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte. Ansonsten, ja, die üblichen Verdächtigen, Chrissy Pym, Pierce Sweeney, Jorma Taylor, Joy Archibald Hanwell, Dean Maxey, der auch schon 32 Jahre ist, David Wheeler, wir, ja, vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ha, bin mal gespannt. Aber wir wollen jetzt mal nicht mehr so viel rumquatschen, sondern das erste Spiel der neuen Saison starten. Und wir werden sicherlich feststellen, dass sich nahezu nichts verändert hat. Noch keine Devise für diese Saison ausgeben, denn ich weiß absolut nicht, wie schwer das wird. Wir haben letztes Jahr schon gegen Zweitligateams gewonnen im Cup, aber so eine ganze Liga dann durchgängig eine Liga höher zu spielen, das ist dann sicherlich auch schon was anderes. Ach ja, für alle, die es in der ersten Saison nicht mitbekommen haben, ich spiele mit der Tastatur, ja. Ich bin einer der letzten Menschen, die wahrscheinlich FIFA oder Sportspiele mit Tastatur spielen, aber ich habe so damals angefangen mit, was war das, FIFA 98 und seitdem durchgängig mit Tastatur gespielt. Und mich einfach nie, ich bin absolut kein, 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 kein Gamepad-Spieler. Und von daher werde ich das auch nach wie vor so beibehalten. Tja. Und dann jetzt auch mal genug geschwafelt, viel Spaß beim Spiel. Willkommen zu diesem Preseason-Tournament, der europäische Kontinentale Shield. Dies ist die Gruppstage, die erste Runde der Matches. Ja, es könnte ein bisschen Zeit dauern, für diese Spieler, ihre Tempo zu finden, aber nicht zu lange, ich glaube nicht. Dies ist unser Match heute, Exeter City gegen Alta. Und unser Referee ist Heribert Allmeier. Hier ist die line-up. So, Alan, 4-4-2. Ja, ich glaube, es sieht so aus, Martin. Ja, es ist die conventionale Form, es ist die one, die die Manager prefers. Hier ist Reid. Es hat ein Potenzial in diesem move. Jetzt Reid. Good work, really, to read the intention of the pass. Sweeney. Taylor. With great vision here. Here's the chance. It's in. It's a great start for them. A wonderful goal. And we'll now have to see whether that will change both managers' approach to this game. came close to goalkeeper, actually did get a touch on it, but I think it was a pretty good effort to do that much well, really. Yeah, I don't think you can blame the keeper, Martin. He's looking at his defenders. Why was the lad given so much space? Well, it's been tight before that goal, but now the manager, he's so pleased because I reckon he feels his team could go on and win this. And that has opened the scoring. 1-0 here. And there's the interception. Getting forward well as a team now. He's on the move all the time and makes lots of these interceptions. Could be awkward if he loses the ball here, and he might do. There's some pressure on him. It's really interesting, Alan, to see these pre-season tournaments. And we're in the early stages of this one here in Europe, of course, as to which players maybe be a little bit fitter than the others. And one or two newcomers getting chances as well. Yeah, and it leads to some disjointed performances sometimes, but that doesn't matter so much. And it's all about getting full fitness and acclimatizing yourself into what may be a different shape of team, different tactics. Wheeler. And the referee, well, he saw it clearly, and he obviously didn't like what he saw. Well, the player's not happy about the yellow card. It's a burden for him, of course, for the rest of the game now. And he's booked early on. Yeah, he's saying, well, it's my first challenge, my first tackle. But the ref's not having any of it. Letting the shot go! That's an easy piece of goalkeeping. Gets his foot in there. Nice bit of interplay between these two. Probing pass. And they're keeping the ball. That's the important... He's got his shot off now. That's a good block. Shot off. Keeper has reached it and rescued his side. He can only put it behind for the quarter. Corner's taken. Oh, they could have increased their advantage then. Yeah, I think that would have been game over. It should have been really from that distance. Cleverly done. Here's a chance to attack. Can he pick somebody out for this pullback? Here's Taylor. Now Brown. Could be a chance here. They've got the ball into a good area. And here's the shot. Well, it looked a bad miss. But I think the defender just put him off. Yeah, he's got to take a lot of credit for that because he had to take the shot quickly, the lad who was trying to score. Played down the wing, keeping the wide attack going. And they've cut it out. Here's Taylor. Onto the attack now. And now the shot. That's a good save. He got a touch to that. Get his foot in there. There's good progress with this attack. Guided through. Shot's on here. Using his physical power to protect the ball. I think he saw the look from the other player and saw where the pass was going and read it. Another turnover in play here with that interception. Taylor. Getting forward well as a team now. Sweeney. And they get it away. Well, it's out for a corner. Well, let's have another glance at that save. Oh, that is wonderful stuff. He's put in the corner. It'll be a throw. It'll be a throw. Muller. Here's Taylor. Well, that's not so much an interception as a poor pass. Well, now they've got the ball. So, it's 1-0 here as the half-time whistle goes. I think that's a good performance, isn't it, Alan, from him in the first half? Well, he played really well, didn't he? And he got himself a goal to put his team ahead. He'll be pleased with that first 45 minutes. So, I would say that we can be very happy with the first 45 minutes. and then we can be very happy with the first 45 minutes. Yeah, we'll see. Klasse Übersichten bei deinen Stallpässen haben wir jetzt meines Erachtens nicht so viel gespielt. Zweikämpfe haben ganz gut geklappt und die Pässe sowieso. Ja, wenn mich was aufregt, dann ja, dass wir den Ball nicht bekommen, wenn wir meilenweit freistehen und dann den Ball versucht zugeschoben zu bekommen, wenn, ja, drei Leute um uns rumstehen. War schon letzte Saison so, naja, okay, ist halt so, müssen wir mit leben. Müller Wollens. 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 Green Öffn Hallelujah! Struck to post hit! Was gut play until they got the challenge in. Das ist ein properer, old-fashioned clearance da von der Defender. Er hat die Unterstützung hier. Now Reid. Free kick given by der Referee. Und die Defender-Team wird in der Probleme. Sie werden das verletzten. And the managers decided for a change of personnel. He hasn't been able to beat the wall here. Now Brown. Good forward play. Promising build-up until that challenge. Dawkins. Here's Taylor. Good screening, and he's kept the ball. Oh, and it's a shot now. Jotov can finish it off. Well, he scored, and it's a big moment for them in the match. They've pushed their lead now to two ahead. They've played well to this point, but sometimes a two-goal lead can be a dangerous one. We'll see. It's a forward who's coming off. He's got a goal to his name, so he'll be happy. Might have had one or two others as well. Well, he might have, but that's his job. He's got his goal, and I thought his overall game was pretty solid today. They've got the ball back by that interception. And here they are, on the attack. Offside is the call. We can see it again, which, of course, the officials can't. No, they get one chance, and he's the correct call. Nice bit of interplay between these two. Came in with the challenge, and the ball broke free. The transfer news today is a confirmed deal. Roma have made their signing. Well, he arrives with a reputation and a bit of a price tag now, around £50 million. Can he handle it? Reid. Crafting the through pass. The home of the silver hatchback with a license plate, GR55JKK. Please contact your nearest security guard. Thank you. Tried to tackle here, and he's done that. He's coming forward with some danger. He's coming forward with some danger in on the goalkeeper. Really getting at the opposition this far up the pitch now. Sweeney. Lloyd James. Now, here's a chance to get at the opposition. Must score! Oh, my God! Willa-Kazi. James. Das könnte eine Chance führen. Es ist ein guter Atacke-Player. Es ist schön, die Ball zu sehen, mit diesem Level von Play, Alan. Es ist die Verständnis, die Technik, die Bewegung, die Werte der Pass, die so gut ist, auf der Eint. Homes. Opportunity now. Looked and controlled, anything but. What a miss. Yeah, he looks so composed, and then to do that, his teammates won't let him forget that. Lee Homes. That's good support play from his teammates. Well, then it goes. Oh. Good defending. That could be a booking here. That's late, he's gonna have to get booked for that, I'm sure. A silly challenge, and, you know, if he ends up getting sent off, he's only got himself to blame. And the time to be added on here is a minimum of three minutes. Giving the ball away now. Getting forward well as a team now. In a great position to pull it back. You see what he was trying to do, opening up his body to place it, but he's placed it wide, sadly, for him. And he's blown his whistle for the last time. I guess the opposition will feel that they could have maybe shown a bit more punch, but... I'm afraid one team was much better than the other. Yeah, they just weren't good enough on the day. Lose inside. We expected a bit more, I have to say. I think he was the best performer in a good team today. Good performance from him, and I think that was probably the difference between the two teams. With great vision in the head. Here's the chance! The 2nd team has already forgotten the title and called the West Union. Uhmm... Yeah. Uhmm... It was... It was a good game for... Well... It was a good game for the first time. And the one has been over time. Is it playing against the other two times where the overtime was done? Ansonsten bin ich auch mit unserer Leistung sehr zufrieden. Wir haben 96% der Pässe angebracht, haben sogar mal ein wichtiges Dribbling abgegeben. Das haben wir letztes Jahr glaube ich ja überhaupt nicht gehabt in der ganzen Saison. Ansonsten ja ein 2 zu 0 gegen hatte ich glaube eine Chance. Ja gut, das mit dem Foul war jetzt wie gesagt keine Absicht, da bin ich bloß auf eine falsche Taste gekommen. Ansonsten ja gute Pässe, das was wir üblicherweise immer gut machen. Ja jetzt ist es weg. Pässe abgefangen, ja das fand ich auch sehr gut in dem Spiel. Das haben wir ganz gut gemacht, da stand mir immer richtig um gegnerische Pässe schnell abzufangen. Ja da ist es schon wieder weg. Und ja haben auch viele Bälle im Mittelfeld erobert, damit können wir rundherum zufrieden sein. Fürs Erste. Und ja, ich würde sagen da machen wir jetzt groß gar kein Gelatsch mehr. SCA Alltag hieß das Team übrigens, wird wahrscheinlich auch ein Zweitligateam sein in Österreich. Ja, wie gesagt machen wir da jetzt hier keine großen Gefangenen mehr. Ich würde sagen da geht es einfach im nächsten Teil mit dem nächsten Spiel weiter. Ciao, bis dahin, habt vielen Dank. Vielen Dank, vielen Dank. Vom